Mein Name ist Martin, ich bin Pirat, weil Politik wieder menschlicher sein muss und weniger von Lobbyistenvertretungen und Berufspolitikern geleitet werden sollte. Ich heiße Lukas, ich bin Pirat, weil ich denke, dass Bürger wieder mehr beteiligt werden müssen. Ich heiße Ömer Tuko, ich bin Pirat, alt genug Politik zu machen, erfahren und Pirat genug neue Wege zu pflastern. Ich bin Max, ich bin Pirat, weil ich für mehr Demokratie bin. Ich heiße Monika und ich bin Pirat, weil ich für mehr Bürgernähe und transparente Politik stehe. Ich bin der Markus und ich mag an den Piraten, dass wir gemeinschaftlich an Problem arbeiten. Ich heiße Volker und bin Pirat, weil ich den Pfarrungskonik gelesen habe und sehr gut finde. Danach kann man leben. Mein Name ist Rolf und die Piratenpartei ist für mich schon fast eine Lebenseinstellung. Ich bin der Mark und ich bin Pirat, denn ich würde den Bürgern gerne wieder ihre Daten zurückgeben, die durch ihre Steuergelder vom Land her generiert wurden. Ich bin Sammy und ich bin Pirat, weil ich die Politik rocken will. Ich bin der Florian und ich bin Pirat. Und weißt du warum? Weil die Partei ist für meine Generation und für eure. Ich heiße Lukas und ich bin Pirat, denn die Piraten sind die einzige Chance, die wir haben, politisch etwas in diesem Land zu ändern. Ich bin Hendrik und ich bin Pirat, weil ich etwas daran ändern möchte, wie Politik in diesem Land funktioniert. Ich bin David und ich bin Pirat, weil ich es wichtiger finde, die Freiheit des Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, als die Angst vor Freiheit. Ich bin Michelle und ich bin Pirat, weil ich der Meinung bin, dass in der Politik die gefragt werden sollten, die Ahnung haben. Ich bin Sandra und ich bin Pirat, weil Demokratie vor Mitmachen liegt. Ich bin Oliver und ich bin Pirat, weil ich ein Urheberrecht sehen will, dass die Chancen des digitalen Wandels voll ausreißen, anstatt zu bekämpfen. Mein Name ist Chris und ich bin Pirat, weil ehrliche Politik in der heutigen Welt unabdingbar ist. Ich heiße Joachim und ich bin Pirat, weil die Piratenpartei vielleicht der letzte Rettungsschirm für unsere Demokratie ist. Ich heiße Fabian und ich bin Pirat, weil mir geht es nicht in den Kopf, dass der Staat Patientenmedikamente vorenthält, die helfen können. Ich heiße Hans-Peter und ich bin Pirat, weil ich mich für Transparenz und Bürgerrechte einsetzen möchte. Ich bin Jalom und bin Pirat. Ich bin Pirat geworden, weil ich die Freiheit schützen möchte, vor allem die Freiheit im Netz. Ich heiße Andreas und ich bin Pirat, weil die Piraten die einzige Partei sind, die Demokratie zwar nicht im Namen führen, aber dafür wirklich leben. Das war's. Ich bin Sven, ich bin Pirat. Ich bin gegen Hinterzimmerpolitik in Deutschland. Ich bin Andrea. Ich bin Piratin, weil ich mich bisher von keiner Partei angesprochen gefühlt habe. Und ich gehöre zu dieser Partei, weil ich mitgestalten möchte. Ich bin Jonas und ich bin Pirat, weil die Digital Natives viel zu wenig in der Politik vertreten sind. Ich heiße Kai und ich bin Pirat, weil ich denke, dass der Bürgerwille wieder in die Politik einziehen muss. Mein Name ist Jens und ich bin Pirat, weil Basisdemokratie mir äußerst wichtig ist. Ich heiße Jan und ich bin Pirat, weil ich möchte, dass ihr wieder im Zentrum der Politik steht. Ich bin Melanie. Ich bin bei den Piraten, weil ich nicht nur die Hoffnung, sondern auch die Überzeugung habe, dass wir etwas ändern können. Ich bin Alex. Ich bin Pirat, weil Bürgerrechte brauchen eine starke Stimme. Ich heiße Heike und bin Piratin, weil wir in Nordrhein-Westfalen die Sozialpolitik verändern müssen. Ich bin Thomas. Ich bin Pirat, weil ich etwas ändern will und du kannst das auch.